Ich wusste nicht, dass du dort eingestellt hast. Ich hab den Laden gerade erst entdeckt. Offenbar gibt's mehrere davon. Und was hast du da erstarrt? Oh, ja, warte, also... Ein paar Weingläser, eine Knospenwase... So was gibt's da gar nicht, du Esel, gib mal hier! Das wusste ich doch sofort. Er verwendet nur die weichen Kinnaare der andalusischen Bergziege. Du bist ein wunderschön, wunderschön Direktor. Du hast eine große Anwendung. Hat jemand gesagt, dass du so ein junger Mann bist? Also, I would like to pronounce the first Portland-German-Mempathed World War, Du Katja-Kalimus. Thank you so much. Thank you so much. No me oyes, que te vayas! I'm nothing to be honest. Right now I'm not on your brain. I said, now you have to see how we make them listen. Perfect. Ich habe gerade zwei Stunden lang angestanden für eine Kindervorstellung von NG, die alles in tollen hat und als ich endlich ran kam, habe ich sie ausverkauft.